Hallo und herzlich willkommen. Heute zum Erklärvideo ARES Alpha, wie erstelle ich ein Spiel und eine Karte. Das geht nämlich am PC wesentlich einfacher als am Handy. Dazu gehen wir hier auf My Events, auf New Event. Dann könnt ihr euch hier die Teams einstellen. Dann könnt ihr hier auch bis zu 8 Teams einstellen, oder manche auch doppelt, warum auch immer das geht. Dürft ihr aber nur zur Verwirrung führen, warum lassen wir das? So, wir haben jetzt einen Namen. Mega, Littis, BW, Event der Welt. Welt klein geschrieben, ganz wichtig. So, eine Beschreibung. Bestes Event der Welt natürlich. Ist eigentlich nicht so relevant. Es ist halt eine Kurzbeschreibung, worum es geht. Wenn die Leute auf eure Events kommen, wissen sie ja eh schon worum es geht. Dann könnt ihr euch die Startzeit ändern. Dann könnt ihr hier noch reinschreiben. Auf dem Feld, bzw. den Ort wo ihr seid, inklusive Koordinaten, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann könnt ihr die Updatezeit einstellen, wie oft das GPS sich wiederholt, um sich eben zu aktualisieren. So, dann könnt ihr einstellen, die In-Game Medics. Dazu gibt es dann eine extra Erklärung im anderen Video. Ich erwähne es nochmal kurz. Medics ergeben sich von selbst, werden pro Team zugeteilt. Anzahl ist unbegrenzt, soweit ich weiß. Ich habe zumindest noch keine Begrenzung gefunden. Leider werden sie nicht mit eigenem Logo angezeigt, das muss noch überarbeitet werden. Eines vielen leider, das überarbeitet werden muss. Aber das wird schon. Und dann gibt es natürlich noch die In-Game-Refs, die dann auch gesehen werden können von anderen Spielern. Und die Refs sehen natürlich auch alle anderen Spieler, unabhängig vom Team. Innerhalb vom Team sieht man ja immer nur seine eigenen Leute. So, dann gibt es hier die Karte, die man einstellen könnte. Entweder die alten SVG-Karten oder jetzt die vom Euro Super Game. Aber wir machen natürlich eine eigene. Darum speichern wir das jetzt erstmal hier. Dann gehen wir auf Maps. Neue Hubs. Dann gehen wir hier auf Hochladen. Dann gehen wir hier auf unseren Desktop und suchen da ist sie. Das ist die ESG-Basiskarte. So, jetzt ist das Ding weg. Die sitzt da irgendwo. So, dann könnt ihr sie suchen. Ihr könnt aber auch was leicht machen. Geht hier drauf. Und dann sagt ihr euch wo sie ist. Denn diese Karten, die man hier verwendet, sind das sogenannte JSON-Systemseite. Das sogenannte JSON-Format. Kenn ich bisher auch noch nicht. Also J-S-O-N. Dann könnt ihr euch eine eigene Karte basteln. Komplett mit Plan-Quadrat. Alles eingezeichnet. Und sie ist GPS-korrekt angelegt. Jetzt hier natürlich auf BG. Sofort erkannt. So, dann könnt ihr jetzt anfangen hier einzustellen, wo eure Orte sein sollen. Wo was ist. Wo was spielerelevantes ist und wo eben nicht. Das ist ja gleich dazu, wie man diese Karten erstellt, weiß ich auch nicht. Da habe ich gar keinen Plan von. Dann müsst ihr da jemanden suchen, der das kann. Vielleicht kriege ich mal einen an die Hand, mit dem ich ein Video dazu machen kann. Aber ich bin da völlig raus, was sowas angeht. Ich bin froh, dass es mir jemand gemacht hat. Dafür noch ein dickes Thank You an die Gags. So, dann fangen wir mal an. Dann gehen wir hier auf die Knie rumsetzen. Dann gehen wir hier auf das HQ. Dann nehmen wir hier ein Gebäude. Ein schönes Symbol aussuchen, was für HQ steht. Dann nehmen wir das da. Das taucht dann wieder auf. Dann kannst du jetzt oben reinschreiben. HQ. General sitzt da auch. So. Jetzt könnte ich noch eine Beschreibung hinzufügen. Genauso wie am Spiel. Orgasitz oder was. Generalität. Irgend so was. So. Was kann ich noch machen? Ich kann jetzt hinzufügen. Eine Technical Box. Da habe ich hier schon ein paar gespeichert. Die brauchen dafür die. Aber nicht. Darum gehen wir jetzt hier gleich weiter. Ich klicke hier gleich nochmal hin. Denn das ist auch eine. Safe Zone. Warum? Jetzt setzen wir dieses kleine Logo daneben. Was da nicht geschossen werden darf. Safe Zone tippen wir ein. So. Dann können wir hier noch zusätzlich hingehen. Linie bezeichnen. Hier die Punkte setzen. Wir machen jetzt hier einstellen. Karte vom Rand. Rot. Rot fällt zu sehr aus. Blaue Steam Farbe geht auch nicht. Mal grün. Wir finden es gut. Dass man sich anzeigt, dass das die Safe Zone ist. So. So. Jetzt können wir hier mal die. Aktivität einstellen. Ich hoffe nicht, dass ich hier mal bereichere. So. 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 jetzt. So. Jetzt nehmen wir das hier hin. Das hier. So. Hier siehst du der Spielleiter. Unter anderem. So. 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 Hier können wir dann unsere Safe Zone ziehen. Der ganze Urine-Bereich hier. Ihr kennt jetzt das Orga-Dorf aus dem Vorlauf. Beziehungsweise auch von den SPGs natürlich. So. Hier drüben. So. Und dann können wir hier. So. Und das ja eine Safe Zone ist. Ganz richtig. Erster Symbol. Hier rein. Na. Nicht schießen! Safe. Genau. So. Dann kommen wir mal zum ersten Spiel-Objekt. Das ist zum einzigen festen, das hier gerade wahr ist. Das Lazarett. Wir brauchen hier ein Fähnchen, denn es ist ein oberbares Lazarett. Da brauchen wir hier das Fähnchen. Lazarett. Sind wir hier schon hin? Ich glaub schon. So, jetzt kommt wieder der Kniff. Die hängt durch diese Flagge. Die kann ich dann später ins Spiel hinzufügen, via App. Zusätzlich noch, weil wir das Spiel dann auch erfasst, welches Gerät das ist. Als Abgleich, damit man nicht das Falsche nimmt, weil sonst nichts passiert. So, dann kann man hier später in der App eben auch Punkte verfolgen. So, ist da oben relevant? Das ist das Spiel nicht relevant. So, Abfixpunkten ist ja nicht so viel. So, dann kommen wir mal zu diesen Sachen hier. Fert. Ja, das darf man nicht machen. Immer erst festlegen und dann was Neues drücken. Dann klicken wir hier drauf. Dann klicken wir hier drauf. Denn hier sind Gebäude. Oder Gegend, die muss man nicht wieder. Das hier. Schreiben wir eben. Ninja. Ja, wir haben hier auch internationale Gäste. So. Wir machen mal andersrum. Hm. Player. Nein. Stopp. Nein. Nicht rundsicht. Area. Area. Ja. No player area. Schreiben wir in. Das ist Beschreibung wirklich. Wenn man mich drauf findet auf der App, kann man die natürlich auch sehen. Und ja. Hopp. Und. Sondern, ich bin heute echt zu blöd zum Schreiben. Nein. Ich schreibe so wenige Tastaturen. Das hat tatsächlich nachgelassen. Das war mal besser. So. Hier hin. Vielleicht das Spiel. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Oh. Area. Area. Das ist ein besseres Wort für einen fallen lassen. Aber ich denke mal, es ist verständlich was ich meine. Danger. Ich glaube irgendwas hingeschrieben. Ah, das ist mal andersrum. Okay. Passt. So. Dann habe ich unten das andere Hedge. Ach. Ich will es immer rüberziehen. Das ist diese Gewohnheit. Es ist kein Drag and Drop. Cool. Muss er doch hinzufügen, welche Fraktion. Das muss er später noch. Wenn ich weiß, welche Fraktion an welchem Tag es ist. So. Genau. Genau. Und das. Machen wir mal die Fahne noch. Und die Safe Zone natürlich. Die Pole ist natürlich das Spielfeld. Da gibt es ja was zu holen. So. Okay. Po. Steht zwar groß da, aber ich benenne es wenigstens, damit das nicht einfach nur Object 1 oder so heißt. Das ist jetzt wieder fast falsch gemacht. Manchmal ist es schlimm. Genau. Fire Zone hier. Safe Zone. So. 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 Die relevantesten Punkte für das Spiel festgelegt. So. So. Was kann ich jetzt noch machen? Jetzt kann ich noch die Spielfeldgrenze einzeichnen. So. 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 Jetzt sind wir hierhin, jungen an das Eck hier. Da ist ein Strich. Der muss sich runter bis zum Kreu filzen. Also hier hin. Hier hinten. Dann hier den detenken. Das lässt da mich nicht. Also da muss ich jetzt noch eins hinsetzen. So. Hier hinten. Mit diesem ganzen Art Patreon. Und um hierеко zu grenzen. So. Also. Da muss ich hin, da müssen wir hin, so muss man hier wirklich aufpassen, weil hier ist ja noch ein Camping eigentlich. Dann müssen wir hier da, da, hier drauf, jetzt nimmst du hier die Timetrails, und da, so. Tadaa, da ist es. Ich gehe mit der Grenze eingeblendet, so. Das ist natürlich auch dieses Kliffchen hier, das fliegen wir noch an. So, das ist jetzt ordentlich heraus. Die eigenen einzelnen Punkte schon verschieben. Wenn man die Zeit und Langeweile hat, kann man natürlich das auch gut genau dann einzeichnen. So. Und dann ist es das eigentlich, sprunggelig ist. Ihr könnt im Feld, per Game Master dann natürlich, jederzeit einfach per Druck auf dem Bildschirm, vom Handy neue Ziele einstellen, Ziele verschwinden lassen, auftauchen lassen, wenn wir jetzt das Depot zum Beispiel von denen noch nicht entdeckt hatten. Könnten sie das dann so, das ist halt verschwinden lassen, dass man dann eben sagt, okay, hat es noch nicht entdeckt, ist nicht da, aber beides es haben, wird so viele Karte angezeigt. Also man kann sich da interaktiv schon sehr ausprobieren. Gerade wenn man sich solche Karten basteln kann. Wenn man es jetzt nicht hat, ist nicht schlimm, dann hat man halt Google Maps Karten. Das sieht man ja hier. Je nachdem, wie bei uns jetzt alles vor der Wald ist, sieht man damit viel. Auch nicht von den Gebäuden. Da ist es natürlich praktisch, wenn man so eine Karte einbauen kann. Gerade mit Plankquadrat. Und dann auch nicht sagen kann, hier Plankquadrat A6. Ist außerhalb vom Spiel, da hat er nichts zu suchen. Zum Beispiel. So, wenn man das dann alles fertig hat. Dann speichert man das Ganze natürlich. G20. 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 Wollen wir eine neue Karte machen. Heute war ja nicht vollständig. So. Dann. Ich speichere immer gern zweimal. So und dann müsst ihr die Karte herunterladen. Dann geht ihr wieder auf eure Events. So, auf meine Events. Dann hatten wir ja eben erstellt das fette, mega fette Event der Welt. Dann gehen wir bloß auf Add Document. Gehen hier rein. Und da ist es auch schon. So, nach dem Speichern natürlich dann auch noch auswählen, welche Karte es einspielen soll. Sonst hat das Spiel vielleicht keine Karte. Ich speichere dann immer gern nochmal. Nach jedem Schritt eigentlich noch ein bisschen. Das ist immer am sichersten. So, hier habt ihr den Code. Damit könnt ihr euch das Spiel anschauen. Das ist eigentlich der Game Master Code. Aber das ist nur in Kombination mit meinem Account möglich. Das heißt, wenn ich ihn anscann, könnt ihr euch die Karte angucken. Dann könnt ihr mal ein bisschen drauf rumdrücken. Würde aber nicht viel passieren leider. Aber dann könnt ihr euch zumindest mal in der App anschauen, auch wo sie ist. Aber ansonsten geht da leider nicht viel. So. Dann wäre das jetzt zum Erstellen der Karte gewesen. Für die Basics. Kann man sie noch viel mehr aushoben, viel mehr Zeug einstellen etc. Natürlich auch wie das Team. Auch mit den Farben natürlich. Hier die Objekte jeweils nach Teamfarbe anordnen. Habt ihr ja gesehen. Mit Farbraster und allem. Und hat man viele Möglichkeiten eben, um sich wirklich ein sehr komplexes Spiel auch zu erstellen. So. Da es jetzt später am Abend ist und ich langsam ins Bett will, fahr ich einen schönen Abend für euch. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem ESG nächste Woche. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.